Hallo, ich bin's wieder. Willkommen zu einem neuen Part von HALTLINE. Wir sind hier ziemlich krass unterwegs. Und ich hatte das Gefühl, ich werde besser. Aber naja, das ist halt nur ein Gefühl. Aha, okay. Das ist jetzt interessant. Was muss ich tun? Hm. Gut, ich stehe wieder auf dem Schlauch. Okay, hat das was hier mit zu tun? Ich denke nämlich ja. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Ja, Daten angeladen, das heißt immer was Gutes. Okay. Weiter geht's. Oh, da geht's nicht durch. Komm. Huh. Mhm. Mhm. Doof. Okay. Pfeile. Ist da jetzt noch was? Hm. 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 Okay. Was ist passiert? Ich hab nicht verstanden, was gerade passiert ist, ehrlich gesagt. Aber gut. Ich schätze, manche Dinge muss man einfach nicht verstehen. Okay. Pfeile. Mhm. Mhm. Ich hätte jetzt die Waffe übersehen, aber das wäre echt kacke. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Oh shit. Oh shit. Das ist echt nicht so schön. Haben Sie es gesehen? Ja. Die behaupten zwar, dass sie es aus dem Challenger-Graben heraufgeholt haben, aber ich wette, dass dieses Ding bis vor einigem Moment... ... und den anderen Gebäß auf der Erde herumgesprochen hat. Im Haikäfig ist ein Betäubungsgewehr. Aber ich weiß nicht, ob das bei dieser Spezies funktioniert. Sie dürfen das aber gerne ausprobieren. Mit meinem Gehirn und ihren Muskeln werden wir ein exzellentes Team abgeben. Okay. Sie müssen mich hier lassen, Freeman. Oh fuck ey, das gefällt mir gar nicht. Unangenehm. Unangenehm. Oh mein Gott. Aber fuck. Aber fuck. Oh mein Gott. Aber fuck. Ey, das war echt cool. Gut. Gut. Das war ja wirklich cool. Ja. Das hat mir gerade sehr gefallen. Okay. 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 Ich verstehe. Gut. 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 Da hat mir den geladen. Puh. Die Fortschritte. Die Fortschritte. Die Fortschritte. Da hat mir den fahr'n. Und dann hat mir den Fortschritte. Die Fortschritte. Die Fortschritte. Die Fortschritte. Oh man. Ok, es geht nicht gut. Ich will jetzt wissen, dass es überhaupt nicht geht. Oof. Oof. Oh, ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich bin hier weg. Ich dachte, das ist die Lösung für das Problem, aber ne. Oder doch. Was ist denn hier noch? Ok, das hat sich gelohnt. Und da drüben ist da noch Muni. Gut. Kann man nicht vorstellen, dass es für dich so gedacht ist. Aber ich probiere es natürlich gerne aus. Okay. Cool. Ich speichere. Gut. Gut. Oh, der Anzug. Gut. 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 Achso. Ok. Ich habe mir das nicht zugehört, aber ich glaube, ich muss einfach nur schnell durchlaufen, weil wegen Anzug, oder so. Fuck. Ich bin gerade echt am Durchlaufen wie sonst was, ne? Also nicht im negativen Sinne. Also eher, weil ich so viel Fortschritt habe. Also einen guten Fortschritt. Und das war nach den letzten Aufnahmen wirklich wichtig. Fuck, noch 13 Schüsse? Und? Ich habe eine Nachricht für dich. Pass auf, dass du nicht... Oh, oh, oh. Wow. Pass ich nicht, was? Fuck. Scheiße. Ey, das ist echt krass Okay Okay, wir sind so weit hinten Okay Ja, bin ich Puh, das ist ja ohne Fallschaden Lieber dich, das ist glaube ich besser Hey du, Typie, komm mal her Gut Und weiter geht's Nachladen Ja Ja Ich habe eine Nachricht für dich Ja Pass auf, dass du nicht Gut, ich speichere hier Gut, nachdenken So Die nächste bitte Okay, da Gut, das fahren glaube ich alle Speichern Gut, ich speichere hier nochmal Bei so viel HP Das war verschwendete Munition Super Ich muss schon gedreht halten, okay Mhm Mhm Oh, bitte Ja Okay Okay Ja Da Ja Ja Hey Ja Ich bin Ja 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 Hallo? Wo sollen wir vorhin ein bisschen werden zum Zerfuhr? Problem könnte gleich wir in unseren weiteren Video einhalten sein. Es wird nicht mehr übrig sein. Fuck. Hm? Hallo? Oh. Okay. Wie es weitergeht beim nächsten Mal. Okay. Okay.